In diesem Video demonstrieren wir Ihnen den Audio-Jammer. Ist er aktiviert, verhindert er, dass in seinem Umfeld Mikrofone ein Tonsignal übertragen oder aufzeichnen können. Das heißt, versteckte Audiosender, versteckte Audio-Wanzen und Audio-Rekorder oder auch ein Mobiltelefon, das als Audio-Wanzen missbraucht wird, kann kein Audiosignal mehr übertragen. Wir hören jetzt mal in eine Aufnahme hinein, die mit einem Handy angefertigt wurde, während der Audio-Jammer aktiv ist. Schützen Sie sich und Ihr Umfeld gegen unerlaubtes Abhören mit diesem Audio-Jammer.